Zaufus Leute! So, das mal im Test. Neuheit wieder da, Bürofactory, die King Kong. Sind halt 5 Stück Böller in Klasse F2 drin, in M 30 Gramm, in 5 Stück. So, das haben wir auch da, das Ding. So, wenn wir noch ein bisschen Rechte holen, drei nehmen wir mal her, so zum Testen. Eben das war das Ding. Ich nehme 6 Gramm. Ahja, war sogar relativ stabil. Da unten hat er halt und der Leim oder Kleber drin. Da wird es nicht unterstauschen. Ahja, da ist ein Gips oder was nicht. Ahja, ob ich da gezogen, gehen wir gar nicht lang rum. Und auf zum Test. So, machen wir malen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Die Hunde sind echt gut laut, 100 Meter. Die Bürofactory sind bestimmt noch ein bisschen Probleme. Aber dann kann man nichts sagen, passt. Und das war's gewesen. Bis zum nächsten Mal. Und selfless. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.